Hi, ich bin Glenn. Schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du einfach mineralische Substrate selber mischen kannst. Und da auch ich nie auslerne und meine mineralischen Substratmischungen ständig anpasse, findest du in diesem Video ein aktualisiertes Mischverhältnis für meinen mineralischen Substratmix. Du möchtest mineralische Substrate selber mischen, möchtest wissen, welche mineralischen Bestandteile dieser Mix haben sollte und möchtest einen kurzen preislichen Vergleich zu den bekanntesten Anbietern wie beispielsweise Vulcatec oder PON haben? Auf diese Fragen und auch, wie ich meinen aktuellen mineralischen Substratmix zusammensetze, werde ich dir Antworten geben. Und ich verrate dir auch, warum ich meinen anderen mineralischen Substratmix minimal angepasst habe. Wenn du meinen mineralischen Substratmix schon kennst und einfach nur die aktualisierte Zusammensetzung sehen möchtest, habe ich dir das in den Zeitstempeln hinterlegt. Wenn du übrigens neu auf diesem Kanal bist, würde es mich extrem freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und dem Video einen Daumen hoch gibst, denn das unterstützt mich sehr. Und auch noch, wenn du neu bist, eine kleine Einweisung in mineralische Substrate. Was sind eigentlich mineralische Substrate oder Bestandteile? Mineralische Substrate oder Bestandteile stammen nicht von Lebewesen ab. Ein Beispiel für organische Substrate, also für etwas, was von Lebewesen abstammt, sind beispielsweise Laub oder Rinde. Woraus besteht ein mineralischer Mix? Ein mineralischer Mix besteht zu 100% aus mineralischen Bestandteilen. Denn sobald du organische Bestandteile in deinem mineralischen Mix hast, ist es kein mineralischer Mix mehr. Nur weil ein Substrat bestimmte mineralische Bestandteile, wie beispielsweise Perlite, enthält, ist es nicht gleich ein mineralisches Substrat. Mineralische Substrate verzichten komplett auf organische Bestandteile. Wenn du also deiner Erde Perlite hinzuführst, ist es auch weiterhin ein organisches Substrat. In Deutschland sind die bekanntesten mineralischen Bestandteile Bleton, Ceramis, also Tongranulat, Bims, Lava, Zeolit, Perlite und Vermikulite. Warum solltest du dir überhaupt mineralische Substrate selber mischen? Grund 1. Mineralische Substrate, die du fertig kaufst, haben häufig zu feine Partikelgrößen und können langfristig Wurzelfeuernis begünstigen, sofern sie in Selbstbewässerungssystemen verwendet werden. Grund Nummer 2. Mineralische Substrate, die man selber mischt, lassen sich anpassen. Der Standort ist zu sonnig, füge doch einfach 20% mehr Zeolite hinzu. Der Standort hat eine zu hohe Luftfeuchtigkeit. Wie wäre es, wenn du den Zeolitanteil reduzierst? Sofern du die Eigenschaften der einzelnen mineralischen Bestandteile kennst, kannst du diese Informationen nutzen, um den Substratmix an die Bedürfnisse deiner Pflanze anzupassen. Und Grund Nummer 3. Wenn du deinen mineralischen Substratmix selber mischst, sparst du Geld. In diesem Abschnitt vergleiche ich übrigens die Preise von PON, Vulcatec und meinem eigenen Rezept. Wenn ich mir Stand heute den größten Sack an PON kaufen würde, würde ich 1 Euro pro Liter bezahlen. Ich nehme das Ganze übrigens in Litern, denn die unterschiedlichen Substrate haben alle ein unterschiedliches Gewicht. Und ich nehme jetzt einfach mal 1 Liter. Das heißt, ich möchte immer ein 1 Liter großes Gefäß vollbekommen mit dem Substrat und habe dafür die Preise verglichen. PON kostet also 1 Euro pro Liter. 1 Euro pro Liter klingt übrigens erstmal gar nicht so schlimm. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Topf mit PON füllen würde, wäre ich vielleicht bei 1,50 Euro. Aber wenn ich 10, 15 oder sogar 20 Töpfe damit füllen möchte, geht das schnell ins Geld. Vulcatec kostet übrigens 84 Cent pro Liter, beziehungsweise 64 Cent, wenn du dir direkt 500 Liter bestellst, was eine wirklich hohe Menge ist, um einen günstigeren Preis zu bekommen. Und einfach extrem viel. Sofern du meinen mineralischen Substratmix verwendest, hast du alle Vorteile des Selbermischens und zahlst nur 58 Cent pro Liter, sofern du immer 25 Kilogramm Säcke aller mineralischen Bestandteile bestellst. Hier bist du übrigens immer noch deutlich unter den nötigen 500 Litern von Vulcatec. Okay, du kannst jetzt sagen, PON ist vorgedüngt und du sparst dir für die ersten 6 bis 12 Monate mineralischen Dünger. Das rechtfertigt in meinen Augen allerdings kein Preisunterschied von 42 Cent, denn PON deckt nicht alle nötigen Nährstoffe deiner Pflanze ab. Das heißt, du zahlst mehr und hast dann noch nicht mal den richtigen Dünger. Ich bevorzuge daher mineralische Substrate, die man selber düngt. Wie war mein mineralischer Mix eigentlich vorher und warum habe ich ihn angepasst? Der Mix setzte sich zuvor aus folgenden Bestandteilen zusammen. BIMS in der Körnungsgröße 1 bis 4 Millimeter und 5 bis 8 Millimeter. Lava wurde in der Körnungsgröße 4 bis 11 Millimeter verwendet und Zeolit in der Körnungsgröße 8 bis 16 Millimeter. Nach Volumen wurde alles in gleichen Teilen verwendet. Das fertige Ergebnis sah dann so aus. Hier hatte ich zwei Probleme, die ich beseitigen wollte. Zum einen war in meinen Augen der mineralische Mix immer noch etwas zu fein und meine Gießhäufigkeit immer noch etwas zu gering. Zum anderen gibt es nicht immer Lava in der Körnungsgröße 4 bis 11 Millimeter und wenn ich verschiedene Pflanzen aus ihren Töpfen hebe und mineralische Substrate zusammenführe, also zum Beispiel ich topfe eine Pflanze um, eine andere, wasche das Substrat, verwende es wieder für eine dritte Pflanze, möchte ich dafür sorgen, dass die mineralischen Substrate gleich oder auch sehr ähnlich sind. Ich muss einfach wissen, dass meine mineralischen Bestandteile in ihrer entsprechenden Partikelgröße vorrichtig sind. Wichtig auch zu wissen ist, dass mineralische Substrate dich überleben können und eigentlich relativ oft weiterverwendbar sind. Das heißt, du könntest bis zum Lebensende, wenn du jetzt fünf Pflanzen hast, immer das gleiche Substrat wiederverwenden. Sofern du es ab und zu wäschst, reinigst und von Salzablagerung befreist. Warum ist eine höhere Gießhäufigkeit eigentlich besser, hast du dich vielleicht gefragt. Wenn das Wasser in deinem Reservoir sinkt, steigt die Sauerstoffsättigung. Umso mehr Wasser sich in deinem Wasserreservoir befindet, desto eher leben dort Bakterien, die keinen Sauerstoff mögen. Umso niedriger dein Wasserstand ist, desto eher leben dort Bakterien, die Sauerstoff mögen. Sauerstoffhassende Bakterien sind doof, Sauerstoffliebende Bakterien sind super. Bakterien, die Sauerstoff nicht mögen, begünstigen Wurzelfäunis und somit hilfst du deiner Pflanze, wenn du das Wasserreservoir häufiger austrocknen lässt, denn dies begünstigt gute Bakterien. Zusätzlich, um meine Gießhäufigkeit auch noch zu erhöhen und um das Wasserreservoir noch schneller trocknen zu lassen, fülle ich den Wasserstand bis maximal zur Hälfte meines Wasserstandsanzeigers. Wenn du dein Reservoir häufiger austrocknen lässt, sterben erst einmal alle Bakterien ab und ein geringerer Wasserstand, wie zum Beispiel bei der Hälfte des Wasserstandsanzeigers, belüftet das Wasser und sorgt im Endeffekt für Sauerstoffliebende Bakterien, die deiner Pflanze helfen. Wir kommen jetzt zur eigentlichen Frage, zur Frage, die dich brennend interessiert. Wie mische ich aktuell meinen mineralischen Substratmix? Ich verwende immer noch BIMS, Lava und Zeolit, habe hier aber minimal die Körnungsgrößen angepasst. Ich verwende übrigens alle mineralischen Bestandteile nach Volumen in gleichen Teilen. Das heißt, ich fülle zum Beispiel immer die gleiche Schüssel mit den unterschiedlichen Bestandteilen und habe dann ein ausgewogenes Verhältnis der einzelnen Bestandteile erreicht. Wie schon gesagt, ist Lava in der Körnungsgröße 4-11 mm nicht immer vorrätig und somit verwende ich inzwischen die Körnungsgröße 8-16 mm, die übrigens so aussieht. Und zum Vergleich einmal, 8-16 mm sind in etwa so, das sind ca. 8 mm, oder auch so, das sind ca. 16 mm. Zudem verwende ich auch Zeolit in der Körnungsgröße 8-16 mm. So sieht übrigens Zeolit in der Körnungsgröße 8-16 mm aus. Was besonders toll ist an Zeolit-Steinen, ist, dass sie dir zeigen, ob sie gerade Wasser brauchen oder nicht. Denn trockene Zeolit-Steine sehen fast Eierschalenblau aus und sofern diese nass sind, sind sie himmelblau. Ich zeige dir das einmal kurz im Vergleich. So sieht übrigens trockener Zeolit-Stein aus und so sieht ein befeuchteter Zeolit-Stein aus, was immer ganz praktisch ist, denn wenn du keinen Wasserstandsanzeiger hast, kannst du somit auch abschätzen, ob deine Pflanze schon gegossen werden muss. Bims verwende ich inzwischen nur noch in der Körnungsgröße 5-8 bzw. 8-16 mm. So sehen 5-8 mm aus. Und so sehen wunderschöne Bims-Steine in der Körnungsgröße 8-16 mm aus. Das Ganze verwende ich, wie auch schon gesagt, zu gleichen Teilen, nach Volumen gehend, in einer Schüssel oder im anderen Gefäß. Und das Ganze sieht dann so aus. Das ist mein aktueller mineralischer Mix, den ich für alle meine Pflanzen in mineralischen Substraten verwende, den man dann natürlich noch entsprechend der Standortbedingungen und der Bedürfnisse der Pflanze anpassen kann. Wenn dich jetzt interessiert, wie man den mineralischen Substratmix zum Beispiel für Calatheen anpasst, findest du diese Information in diesem Video. Okay, jetzt weißt du, wie man den mineralischen Substratmix zusammen mischt. Aber wo bestellst du deine mineralischen Bestandteile? Und hier habe ich dir die ganze Arbeit schon mal abgenommen, denn ich habe einfach von jedem Anbieter mineralische Bestandteile bestellt und sie mir angeguckt. Ich konnte feststellen, dass die Qualität der unterschiedlichen mineralischen Bestandteile sehr wechselhaft ist und manche Bestandteile auch sehr dreckig sein können. Natürlich wird Lava immer etwas reinigungsintensiver sein als Bims oder Zeolit, aber von den Anbietern, die du in meiner Beschreibung findest, ist die Lava zumindest nicht so super dreckig. Ich habe hier nämlich alle Anbieter, die auch ich selbst verwende, in meine Videobeschreibung gepackt. Das sind die Anbieter, die ich am besten finde und wo ich am meisten von der Qualität überzeugt bin. Das ist übrigens unbezahlte Werbung. Die finde ich einfach gut, die verwende ich auch selbst und könnte sie jedem weiterempfehlen. Solltest du dieses Video übrigens zu einem späteren Zeitpunkt sehen und es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich sage und dem, was sich in der Videobeschreibung befindet, dann ist immer das am aktuellsten, was sich in der Videobeschreibung befindet, denn hier aktualisiere ich immer alles in regelmäßigen Abständen. Das kann ich natürlich bei einem Video nicht immer so oft machen. Bitte bedenke, alle mineralischen Substrate sollten immer gewaschen werden. Im Idealfall, wenn du sie selber mischt, wäschst du sie, wenn sie noch getrennt sind und dann wäschst du das Ganze nochmal, wenn sich die Pflanze im Topf befindet. Und zwar so lange, bis nur noch sauberes Wasser aus dem Topf läuft. Das ist mein mineralischer Substratmix, wie auch ich ihn aktuell verwende. Wie fandest du dieses Video? Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen hoch da, das unterstützt mich sehr. Und wenn du das nicht schon getan hast, abonniere den Kanal. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich freue mich auch, dich in meinem nächsten Video zu sehen. Bis dann. Ciao. Kakao.